es jetzt haben wir uns zuerst bei Minecraft zusammen mit David, Julian und Lennon Hallo, Hallo, Hallo Wie machen wir das jetzt? Ich bin hier grad da Boy Wieso? Wenigstens ist der Weg jetzt fertig So, jetzt pflanze ich noch die Bäume und tue ich das, was der David mir befohlen hat Baut mal das Abendviertel zu Ende, ihr Spaß, das ist Hä? Baut du mal den Magierturm Ja, baue ich doch gerade, Junge, was willst du eigentlich? Hä, wo baust du denn deinen Magierturm? Den baue ich gerade Ja, Lennon Ja, Lennon Ey, Junge, was willst du? Du baust voll den Magierturm Denkst du jetzt auch cool, nur weil du eine Hose von mir hast Oh, nein, ich bin so dämlich Einladenstuhl David Also, ich war noch mal zwei, sechs Erden Bestimmlich, Julian, wir haben Naja Einmal keine Erden, nur noch vier, sechs Erden, auch David, hat wirklich, hat mir noch mal drei, sechs Prozent, zwei, sechs Prozent Dankeschön Jürgen Zürich, die letzten Zeitung, Krieg Na ja, mehr Bräuer nicht Wenn er guckt, mal die Fäcke, kann man immer vom Lager auszuschauen Waserfall Ich hab' Wasserfall gebaut Ah, das Wasser, was runterfällt Boah, Mama Mama Schickenberger, der ist viel aus dem Wasser Aha 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 also wieder losgehen mann die 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 sonst aber alles gut bei dem noch hihihi da wird es echt schwer behindert ich versuche immer wenn ich in die Welt komme zu fliegen versuche immer wieder wenn ich mich in die Welt zu fliegen Julian du bist nicht super man ja aber in meiner anderen Welt fliege ich die ganze Zeit ja aber in die Gegend was der fuck wie so wird das doch m Lennart wieso stopfst du die ganzen Lücher mit ah also Lennart kommentiert gerade eben sehr viel ey hör doch ach so das ist eine Spinne no zeig mal dein Haus ich hab nur wieder gefahren WTF Lennart aha was machst du Lennart ja guck doch ins Radhaus oh leu oh leu nein ja Lennart tut man sich das großartig man sieht echt es gibt es die Hörbe hey du ich weiß nicht mehr hihihi um um an nach Wasser scheiße er hat die Erdschule geworfen okay wusch ich nicht weg Dankeschön schon angekommen schon lange ja Alter war das wirklich nur zwei Stacks ja fuck jetzt hab ich plötzlich 36 zu viel okay hier wieder lecker Kürbiskuchen essen Kürbiskuchen Kürbiskuchen ist immer gut Kürbiskuchen cool Kürbiskuchen yay Enderperle flieg Enderperle flieg genau so war das gedacht ich die ja Kürbiskuchen das auch eine Art Kürbiskuchen das und das heißt er hat er hat er hat er hat er hat er hat er ist Kürbiskuchen hat er 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 ja also so funktioniert da du musst ist schon mal gut nein nein man soll da drauf runter gucken ja ok so laufen wir mal runter David holen wir mal neue Werkbänke er wird schick aus muss ich sagen das war die Rolle holt mein Haus schick aus von ihnen k 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 wo k wo k k K und jemand gerufen ja ja gut ja man schon wieder gesucht zu fliehen Romaren und so dumm ich kann ja nicht überall in der Zeit reich muss gar so viel und umgehalten also auch ein Jahr aus Kulte bin aber trotzdem und erst mal und wie viele wie viele sind es jetzt was denkt ihr Prozent ich denke Prozent war auch auch mehr wir brauchen mehr Eier als Erkastorier da wird schwarzmarkt was du schwarzmarkt es funktioniert geil sobald jetzt da ein item einfällt okay jetzt möchte ich das nur noch hier okay 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 dann bräuchte jetzt hier nur noch ein wo ist mein wasserhalmer das verstehe ich nicht ich hätte nur noch was man es macht echt keinen Sinn Indiana Jones und der verlorene Wasser das ist ach das ist die Lage ist das ist der lehrer Krupp und Krupp und Krupp Krupp Kruppmann Kruppmann und die Begrüßung die Begrüßung Kruppmann von Dome Kripp 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 weil ich kenne diesen voll Sneaky Alter Uffat und auch dass es sich schlau gebaut hier die Galtes Störpöse schlau gebunden ja ich habe es schlug Blutzer der Böse in die Stille geblieben ich habe immer das in der Welt dazu gebaut dass Prozent die Kloch jetzt theoretisch in Prozent nachher von den Schweinefarmwerk Nicht du, der andere. Was machst du da? Nee, das passt nicht zum Design, was wir hier vorhatten. Das passt nicht zum Design, Julian. Was baut du überhaupt gerade? Julian setzt ein paar Blöcke in die Stadt als Häuser, aber... Also, Anfangshäuser, und die sehen richtig grässlich aus. Grässlich. Grässlich. So, ich wollte mir da... Ja, ist doch egal. Ich find's grässlich. Also, Räume. Ja. Ich wusste nicht, dass in deine Haus Räume kommen. Julian, was ist denn? In Häuser kommen Räume rein? Du erschreckst mich. Alter! Alter, wie sie es bei mir gerade legt. So, zum Pennen zum Beispiel. Einfach so weiterbauen, wie ich es dir gezeigt habe. Alter, das fängt richtig krass. Warte, ich geb dir mal Clean Star. Ja, das baue ich doch gerade selber ab. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund. Ich hab noch. Ich hab ne, äh, Behutsamkeit-Spitzhacke. Oh. Ja, okay. Dann. Warte mal ganz kurz. Meine Eltern riechen mal. Okay. Jetzt müsste... Sobald hier... Ich hab ne Stand-Spitzhacke. Perfekto! Es funktioniert! Okay. Jetzt muss ich nur mit diesen Spendern... da hochkommt. Ich glaub, ich hätte das ein bisschen andersrum bauen sollen. Okay. Ich hab' noch zwei Dinger, ne? Dinger da, Dings, 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 Dings. Oh, du hast ein bisschen Wald gebaut, Julian. Ja. Bisschen sehr weit. Bisschen sehr weit. Bisschen sehr, naja. Wir können ja mehrere, wir können ja eine kleine Etage bauen, Julian. Also, wir können ins Kiefer gehen und so ein Kram. Äh, David. Keiner Abteller. Nein, du kriegst kein Dirt mehr. Ich brauch kein Dirt. Du kriegst kein Scheiß mehr von mir. Warte, warte. Ich brauch nur noch so 10 Redstone und 5 Redstone. Da bin ich die Reihe, die ich gerade baue, die wird wahren. Da bin ich ganz fertig, also ganz, ganz fertig, dann müsst ihr nie wieder rein. Ja, okay, ich bring's dir. Dankeschön. Ich komm dir gleich wieder helfen, ne? Äh, so 10 Repeater und... Alter, Lennart. So 10 Repeater und 10 Redstone muss, glaub ich, reichen. Wohl, mach mal 10 Repeater 20 Redstone. Oh, Junge. Willst du nie wieder zu mir kommen. 10 Repeater 20 Redstone. 10 Repeater 20 Redstone. Gott. Was ist kaputt? Man spitze abkommen. Tragisch, tragisch. Was passiert dann mal da? Die war ja nicht made in Germany, ne? Nee. Wusstet ihr, dass in New York gerade deutsche Sachen richtig beliebt sind? Ja, die sind immer beliebt. Oh nein, ja, das stimmt, aber in New York nicht. Vor allen Dingen deutsche Panzer. Deutscher Leopard 2 Panzer. Der gute deutsche Leopard 2 Panzer. Noch gute deutsche Werftarbeit. Der Bruder geht vielleicht zu Tyssen-Krupp, ne? Wenn er uns Waffen bauen. Hier hoch ist dein Turm schockt, wie Krupp, Stahl. Weiß nicht. Weil du wolltest ja bis nach ganz oben bauen. Ja, ja, ich weiß, dass du noch höher bauen. Äh, oh, Mist. Was wolltest du? 20 Redstone, ne? 20 Redstone, 10 Repeater. Kriegst 20 Redstone und 2 Repeater. Hey, ich brauch 10 Repeater. Für Julian immer so gierig. Ja, du bist so ein gieriger Fettsack. Du nimmst nicht mal das, was du kriegen kannst, ne? Oh ja. Oh ja. Oh ja, er ist verwöhnt werden. Geile Julian, der wird verwöhnt. Warum leckt es eigentlich immer wieder bei mir? Das war mal leckt über. Jetzt war ich auch so. Leck, 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 leck. Ja, aber ich habe auch eine schlechte Pinker, aber trotzdem. Hört man gerade bei dir. Aber trotzdem. Oh, ich bin dumm. So, das letzte Mal würde sagen, jetzt zieht das Rad. Erstmal bis zum Schwerer auszulieren. Das ist Modell. Das ist Modell. Ich habe übrigens schon wieder 45 Gold, ne? Ja, die Gold verbringt. Ja, Lennart, du kannst deine Böden bald aus Gold, äh, Blöcken bauen. Ja, bald. Ja, du machst, du machst, dein Nebenkirma aus Gold. Boah, ha. Das hat so übertrieben, dass jetzt nicht eine Rolle sonst aus wie eine Moschee, das wäre über Scheiße. Sind sie nicht in Töchter, den Marktgeleit. Das ist ein Plattesdach oder wie? Ja. Lennart, Lennart, was zum Plattesdach, also das ist wirklich auf Wadler? Das du, du, du hast es, das du wirklich an, du bist, du bist. Da, du warst du gerade, wo warst du gerade? wenn er nicht weiß was das Gold in Baum kann ich sehe deine Sachen liegen ich sehe in der Nahrung 0 ich werde sie schlucht schlucht aus Goldbohnen aber auch noch ein Sammler und am Boden Prozent und ein paar Leute sehen Länder hat das wird richtig geil aus den Juliern Prozent in einem Jahr das ist nicht eine Art so bis sie ja noch anbauen ich will das nicht aufsammeln er war ja auch wenn er aus Lagerhaus ja Du bist am Armfüttchen verreckt am Armfüttchen Du siehst jetzt geil aus Du siehst jetzt geil aus Du siehst jetzt geil aus Ich hab dein Level auf die Somme Ich muss ein Döllo, Komma zum Lagerhaus Du hattest Eier Ey, du hattest Eier Ey, du hattest Eier dabei und hattest mir nicht geschlagen Alter Alter Du kannst das nicht, du kannst das wagen, Julian Ich brauche Eier Ich brauche Eier Ja, da wird es braucht ein Eierprotes Für die Farm So So Ähm Hier, Julian Gut Alter, es leckt bei mir richtig aus Wenn ich die Eier wegwerfen Also reinwerfen Also reinwerfen